Aufgeben ist keine Option. Du musst hart arbeiten, um am Ende ganz oben zu stehen. Das ist was wir arbeiten. Du arbeitest hart mit diesem entscheidenden Pass. Der nächste Treffer, egal wann er fehlt, zählt. Das ist was wir scoren für. Das ist die Möglichkeit für Smith ganz alleine. Vorher! Ratter und Tor! So einfach gegen Eisenhower! Was macht denn dieser Endras? Unglaublich ist selbstgleich. Das ist Mannheim. 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 Let's get ready to rumble.